hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge powerwasch simulator jawohl wir sind wieder am start und haben wieder eine neue aufgabe ich habe die ja in dem einem haus was wir beim letzten mal gemacht haben diese holzbalken oder was ich da waren die ich dann noch sauber machen musste gefunden habt ihr dann noch sauber gemacht die aufgabe war dann abgeschlossen deswegen sind wir jetzt hier schon in einer neuen oder können hier eine neue machen und zwar ein schuhhaus reinigen okay ich bin mal gespannt vielen dank für deine hilfe du bist ein goldstück so schön es auch ist unseren kindergarten im wald zu haben aber dadurch ist er den elementen ausgesetzt und das arme ding ist jetzt so dreckig dass es anfängt auf die kinder abzufärben früher haben wir einfach ein paar eimer gefüllt und die kinder haben es selbst gemacht von oben bis unten so ein spaß und die meisten von ihnen ist nichts passiert heutzutage dürfen sie nicht einmal mehr auf das dach von den ab von der ablaufrinne ganz ab zu schweigen ohne dass sich die eltern sorgen machen wenn du bitte kommen und das haus einmal gut abwaschen könntest wäre das einfach wunderbar jawohl dann würde ich sagen gehen wir mal da rein sagen wir wollen details okay nachricht haben wir auch keine hallo sind da die schmutz banditen ich brauche hilfe bei einem kleinen kindergarten kein problem wir helfen den kindern und da sind wir auch schon sehr schön okay guck mal hier wir haben sogar ein gerüst alles klar okay was müssen wir hier alles machen ja wir haben wieder ein fußball wahrscheinlich gibt es dafür wieder mit einem trophäe wo ich dann wieder hinschießen kann oder sonst irgendwas so was haben wir denn hier gehört das auch mit dazu näher gehört nicht damit dazu wir müssen hier nur das schuhhaus ja dann würde ich sagen einmal rein apropos der stopp halt ihr hattet mir noch gesagt dass ich noch mal die optionen müsste da war ja noch was und zwar nein ach scheiße das menü so audio dann müssen wir das hier noch mal ein bisschen leiser machen das müsste eigentlich so so müsste es gehen ich hoffe das funktioniert jetzt könnt ihr mir gerne noch mal die kommentare schreiben ob das jetzt so in ordnung ist oder nicht von der lautstärke her da hattet ihr mir noch mal gesagt so von wegen ja man hört nicht oder man hört mich weniger wenn ich hier am rum sprühen bin deswegen können wir hier noch mal ein bisschen nacharbeiten kein problem weil wer blöd wenn das so ist wie es war oder so ach ja ja hier drunter müssen wir auch noch okay alles klar und wahrscheinlich müssen wir noch oben drauf na okay das gucken uns gleich mal an das würde ich nicht dass das würde ich auch nicht so das will ich zack so ah ja wir arbeiten schon sauber das schon mal sehr gut schauen wir mal wie schnell wir hier vorwärts kommen sieht jetzt nicht so riesig aus mal schauen sehr schön guck mal hier da geht auch schon vorwärts da geht es auch schon vorwärts ja schon fast das gefühl dass wir jetzt schon ein bisschen zu leise ist schreibt es mir gerne noch mal die kommentare ist was von der lautstärke zu in ordnung oder ist es zu leise jetzt für mich persönlich ist das immer ein bisschen schwierig abzuschätzen soll ich ganz ehrlich weil ja ich höre mich ja selber reden von daher so ist dann immer so ein bisschen blöd in einer aufnahme ist tatsächlich aufgefallen dass ich da wirklich ein bisschen sehr leise war deswegen also gerne noch mal ein feedback geben dann können wir da noch mal ein bisschen rum fuchteln an den einstellungen kein problem soll ja alles in ordnung sein also das ist das wichtige wenn man hier die blümchen das ding ist auch schon fertig sehr gut so guck mal hier drinnen geht auch noch ja es scheint aber hier zügig voranzugehen die noch mal wenn ich was hier so angucke ihr wollt sagt so hier dieses fenster aber so rum sehr gut so den rahmen hiervon ja da will ich wahrscheinlich hier irgendwo wieder in den ecken herum wurschteln müssen könnte ich mir vorstellen und auch da oben drauf irgendwie ja kriegen wir alles hin so die frage ist jetzt okay frage beantwortet das gilt als einzelnes teil das schon mal sehr gut sehr schön so zack es läuft ja richtig gut wir kommen noch nicht gut vorwärts zehn prozent haben wir schon das nenne ich mal vor es geht ja richtig gut vorwärts muss ja richtig geil jawoll zack freundlich glaubt die nummer dürften hier schnell durch gearbeitet haben wenn ich mir das hier so angucke ich hoffe es zumindest zack da auch noch mal den schönen blumenkasten hier zack da drinnen aber noch mal und wahrscheinlich auch hier drunter jawoll so was der rest von blumenkasten hier aber ich könnte springen naja aber sehr schön so wie sieht das mit dem balken aus der kleine der dürfte eigentlich da drin gewesen schon oder warte mal zack mal her ja das holzverkleidung haben wir erledigt so aus dem fenster kann man hier schon so ziemlich gut gucken wieder auch hervorragend sagt hey das läuft ja jetzt funktioniere ich gut wahrscheinlich haben wir nachher die probleme wenn wir nach oben irgendwie müssen oder sowas schauen wir mal da hier kommt wird doch überall hier so das wird doch überall hier sauber aber der rahmen hier ist noch nicht fertig was mein tritt oder meine leiter ist immer die leiter das teilen stellen wir mal dahin damit wir mal da dran kommen der hier war es noch jawohl hier sagt 80 sehr schön das läuft hier wie geschmiert das läuft hier wie soll wird aber richtig geil ich glaube wir machen mal die lange diese noch mit dran jawohl weil was du hast einen stinkenden popo ok sehe ich anders alles klar das wäre ich meine aussage naja gut ok das wurde eingestellt vorzeit naja jawohl sehr schön es geht hier echt vorwärts wieder richtig gut dem ein oder anderen gefällt jedes spiel hier nicht mehr aber hey dann ist es halt so man kann es auch nicht jedem recht machen ich finde es geil mir macht das spaß vor allem wenn ich jetzt hier schön im urlaub verweile und hier ein bisschen reinige ist auch richtig nice wetter ist gerade so obwohl heute geht es mit einigermaßen aber so die wetterprognose ist leider nicht ganz so geil wie ich mir eigentlich für den urlaub wünschen würde aber gut ok das ist auch nicht so schlimm man macht halt das beste draußen oder ansonsten macht man halt ein paar videos warum nicht sehr froh dass es funktioniert mit den videos nicht wie bei meinem letzten urlaub da hat es ja leider nicht funktioniert aber gut ok da war ich aber auch nur eine woche weg da war das jetzt nicht ganz so hundertprozentig schlimm jetzt bei zwei wochen natürlich miesen wenn das nicht funktioniert hätte also es auch nach man kriegt halt auch keine und keinen vorlauf mehr hin also ich krieg das nicht mehr in der zeit nicht einfach nicht machbar war mir aber auch schon bewusst nachdem ich dann den neuen job angefangen hatte dass ich da weit weniger zeit haben werden das ist einfach so war hier die treppe hier drunter auch nochmal aber hier ist ja vollmockig ist ja richtig widerlich hey dass dessen war ich mir schon bewusst das ist natürlich aber ich mach das hier nach wie vor aus just for fun weil ich bock drauf habe und nicht weil ich hier von leben oder sowas mal klar will ich mich nicht beschweren wenn ich davon leben könnte aber ja ist immer nicht so zeigt man hier ich kann aber schon die treppe hier auf latschen hier wollte durch ihn sagt auch der blumenkasten ist am start heißt also das geht hier mit dem schuh ja hier richtig gut vorwärts das ist ein kindergarten ok komischer kinder ein komischer kindergarten so wischen so ist es jetzt hier eins oder wie sieht das aus naja ja aber das fällt es auch schon so wenn man das hatten wir auch aber der balken hier ist noch nicht fertig da müssen wir noch mal ran aber auch noch mal die leiter für sehr schön dass die kind kiddies hier schon mal wieder aus dem fenster gucken können das ist ja schon mal richtig prämien ja weil fenster ist fertig da kommen wir hier jetzt noch richtig hart weg ist auch keiner habe urlaub und bin am arbeiten quasi die zahl kann man machen so die hat noch mal ja aber sehr schön das sieht doch schon richtig geschmeidig hier aus das gefällt das gefällt das gefällt sogar richtig geht noch mal die leiter bitte um mich hin da also warte mal wahrscheinlich hier die düse wieder abmachen da noch ein bisschen hier und da guckt man da haben wir den dreck hier na ja weil sehr schön das sieht doch gut aus weil man kann ich eigentlich ja bald noch fällig ja ne eher sogar fällig sehr schön ja leute ich will joghurt zum teufel ist joghurt ich will joghurt was runterfahren was mich runterfahren moment stopp halt stopp hier will mein ferse hoch nein johnny hat mich gebissen was soll ich jetzt dagegen machen jetzt ein teufel ist johnny warum beist er nicht man weiß es nicht egal so zack auch der blumenpott ist fertig jawoll sehr schön so jetzt können wir hier wieder die lanze dran machen zack dankeschön hier wird es interessant mit den schnürsenkeln einen ganzen kram zack das fenster ist fällig es geht ja richtig gut vorwärts es geht ja meist ja nur mega naja mal richtig mega guckt euch das mal an wie das hier abgeht da muss er voll wenig machen quasi warte mal was denn hier mit dem ding oh nee warte mal fensterrahmen ist fertig also falls ihr hier draußen hunde hört naja hier sind hunde am spielen also ich bin nicht mehr so im urlaub hier nicht so isoliert von von geräuschen deswegen wundert euch nicht ist halt so naja weil sehr schön ja die schnürsenkel kringeln hier die sind auch schon sauber perfekt aber nochmal gibt es schon noch mehr naja hier sind am campingplatz ein paar hunde die spielen gerade miteinander deswegen ist habt ihr hier so ein bisschen gebellen im hintergrund also sorry dafür aber ich kann es auch nicht erinnern da unten müssen ja auch mal ein bisschen spielen naja so denkt euch einfach das gebellt wäre irgendwo hier im hintergrund im spiel und passt das wieder so die holzverkleidung haben wir auch sauber ja wollen sehr schön so dann hier die kuppen die fußkuppen hier stiefelwand ok das ist nicht so hier ist auch noch eine stiefelwand die noch ein bisschen sauber gemacht werden muss jawohl da und auch da aber irgendwo fehlt noch was moment wo wie sehen sie sie nix ich sehe sehe ich gar nichts wo ist denn die stiefelwand hier noch so dreckig sehr gut ah ja jetzt okay alles klar irgendwo war da noch weg perfekt also der stiefel wird immer hier der kindergarten immer noch richtig schnell wieder sauber finde ich gut so dass wir uns das ordnen start ja mir geht ja bestimmt irgendwo was mit dem blumenkasten ja der ist auch noch nicht fertig da fehlt noch ein bisschen was so warte mal hier dran und da nochmal wo ist der letzte weg ach so bestimmt wieder unten drunter ja weil sehr schön zack das wird doch hier richtig ja weil sehr schön ja ja um moros dran lecken eine fiese so widerlich naja gut bis im wald zu machen da ist halt schon mal so weil dieses geländer hier das nervte nervt mich schon drüber angucken das wird auch wieder so eine kunst das ding selber zu kriegen ah egal kriegen wir auch hin Freunde das wird das wird so ah ja guck an das fenster war ja fertig ne ja sehr schön ja das sieht echt gut aus ich könnte es mal an wir sind schon bei 52 prozent was hier los die stiefelwand hier da ist wieder irgendwo direkt den ich nicht sehe wahrscheinlich wir gehen einfach mal hier drauf so zack da unten noch oder jawoll sehr schön zack haben wir auch so hier das geländer ne das ist nervig bei dem geländer hier da sehe ich uns ja roma sein so hier zack den tritt hier den können wir auch noch den kriegen wir schon auch sauber zack na komm treppe treppe ja da treppe fehlt irgendwas ich sehe es nur noch nicht warte mal kann ich hier drunter jawoll sehr schön so will ich das sehen so bei dem geländer hier drunter nochmal so runde stangen und so ist es echt nervig die sauer zu kriegen mal so ok jetzt gucken wir von der seite nochmal dass das hier besser wird problem ist kommt hier nicht in die ecke rein so richtig ne na wo fehlt denn noch was naja sehr schön sagt die tür ist auffällig jetzt läuft hier jetzt läuft sie doch so ist hier noch irgendwas von warte mal da haben wir stiefelwand tür für rahmen am tür haben müssen wir noch hier oben jawohl sehr schön der regen ist auch fällig so jetzt kommt man hier noch mal hier haben wahrscheinlich um drauf gut gucken und gucken uns jetzt an so weiter zeigt nachher so sieht es hier schon mal ganz gut aus der blumenkasten ist auch durch ich würde sagen kann man machen das hier gucken wir mal so zack screenshot ist gemacht so dann nehme ich mir mal hier die leiter aber guck an das da tür so jetzt muss man mal gucken ja hier hier kommen wir oben drauf perfekt so sieht es gut aus zack für haben es auch erledigt schnürsenkel an sich weil man böse ist fertig die auch die auch perfekt sehr gut ja aber den schnürsenkel müssen gucken okay was haben wir jetzt fertig gemacht keine ahnung ordentlich hier zu tun richtig hat zu tun hast du ja hier so schnürsenkel ja gut warum macht man das schnürsenkel dran der kringel die öse ist auffällig das sagt die öse liefst durch ja wohl sehr schön ja zack so will ich das sehen ja herrlich hier wird so richtig sauber warte mal was doch wir haben ein dreckiges altes ding in unserer garage gefunden sagen uns bescheid wenn du zeit hast vorbeizukommen und es zu reinigen naja ihr sie kein problem machen machen ich mache kaka alter wer ist martha hubert warum hat die kacke also was haben wir hier war nochmal hier oben ist ja noch voll dreck ich hatte hier diese winkel na das ist echt mit mega nervig hier das sauber zu machen das ist echt ätzend ja gut klima noch hin immer schon alles sauber würde ich sagen so sagt dann ein bisschen da ist auch noch ein bisschen dreck da ist ein bisschen dreck und da oben auch noch und hier hier in dieser in der zunge jene alter schwede achte scheiße hier ist interessant kommen wir dann am besten dran so dass auch noch was war das ja mega nervig also das ist richtig nervig hier so zu kriegen weil hier so viele winkel und ecken sind das bedarf ein wenig mehr arbeit glaube ich so irgendwann nicht wieder fest das war wir machen mal hier grobe hier weg jetzt ist die frage gehört diese stiefelwand hier gehört das dazu da ist auch holzverkleidung wenn ich hier drunter gehe auch nicht kann ich hier es geht einigermaßen das ist echt nicht einfach da drunter zu kommen ja dann müssen wir schauen wie wir da am besten runter kommen ich glaube so geht es so kann man es lassen so warte mal jetzt ist die diese holzverkleidung ist es eine andere wie die ja die zählen wieder einzeln und die hat es auch noch komplett in sich wahrscheinlich muss ich hier auch noch mal von unten dran ich will die ausrüstung nicht aufheben ich will auf die ausrüstung drauf genau so soll jetzt zeigt mal wo können wir denn hier noch da oben da brauche ich aber wieder die lanze zack jawohl sehr schön das hat funktioniert so ok wieder ab dann sollten wir hier die verkleidung auch noch sauber kriegen jawohl sehr schön und dann oha hier oben noch ja komm auch dran irgendwo hier noch aber wird 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 wenn nichts wird 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 oder wie war das früher ja ja guck mal hier hier ist auch noch richtig dreck wenn ich widerlich widerlich so da haben wir noch was holzverkleidung holzverkleidung da ist noch irgendwas aber wo verdammt wir untergefallen das wollte man nicht mal aber die lanze dran und gehen einfach mal hier über nochmal drüber irgendwo muss noch was sein frage ist und wo wir werden herausfinden wie und wo auch immer so weitemal wir gehen noch mal hoch das kann ja noch nicht kann ja noch nicht ganz stimmen da stimmt noch was nicht naja ok das finde ich das finde ich das auch das aber noch nicht hier ist noch irgendwo dreck frage ist nur wo hier wird aber kein hat doch da jawohl sehr schön so da auch noch ok hammer so wie sieht das jetzt mit dieser holzverkleidung aus das ist immer nicht sauber wo fehlt denn da was ich sehe ja nichts wo ist hier noch massenweise dreck wirst du noch nicht wo wahrscheinlich obendrauf das könnte ich mir vorstellen da müssen dann nachher mal gucken schauen wir uns später an jetzt mal erst mal hier ja wohl sehr schön der kindergarten der soll glänzen damit die kiddies hier was fürs leben lernen jawohl sehr schön sehr gut bei so langsam wird 70 prozent haben wir schon das ist ja echt übel ja ich würde aber sagen wir machen jetzt erst mal hier in folgen ende den rest des stiefels hier machen wir dann beim nächsten mal kriegen wir auf jeden fall hin sieht eigentlich schon bis hier ganz gut aus ich bin zufrieden muss ich ganz ehrlich sagen da kann man nicht meckern und scheinlich müssen wir auch noch mal hier auf das gerüst auf kennt das eigentlich bewegen und das kann ich noch hin einmal könnte es drehen naja können wir drehen perfekt stellen wir mal dahin gucken uns mal hier oben an wahrscheinlich muss ich hier drauf dann naja guck mal hier dann kommen wir nämlich da dran das passt doch schon mal da brauchen wir dann wieder unsere verlängerung für damit wir hier in ruhe sprühen können machen wir machen wir aber allerdings wie gesagt erst am ende der nächsten oder am ende der in der nächsten folge ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe ich hätte die folge gefallen wie immer gerne einen kommentar da lassen danke gerne ein abo da lassen vielen vielen dank und ja bewerten nicht vergessen bis zum nächsten und tschau tschau